Die neue Impfung ist auf dem Nacken vom Staat. Bienvenidos, feliz año nuevo para empezar a todos, espero que hayan tenido unas hermosas fiestas del 2021 y 2022. Hoy empezamos de nuevo con la vida en Alemania, esta vez si bien el tema parece muy 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 serio y muy polémico que lo es, pero vamos a empezar con un toque de humor, una video reacción, como dice el título del video, autoridades alemanas salen a pichicatear contra el bichiten, un poco de humor, es un youtuber tiktoker creo que es, alemán ruso si no me equivoco es, nacido acá, hace bromas en la calle así, pranks, el tipo sale con la jeringa, hecho de un empleado de la sanidad a pichicatear a la gente y bueno vamos a ver como reacciona la gente. El loco es este, se llama Alan Bank, la verdad me causa mucha gracia, a mi por lo menos no todo el mundo le tiene que causar gracia a este humor, hace bromas en la calle y la verdad está muy buena. Dice bueno acá tengo una tarea por parte del estado que la gente que no se quiere vacunar, yo voy y los vacunas. Dice porque quiero ir a los shisha bars, como diciendo que muchos están cerrados los bares, porque la gente no está vacunada, irónicamente obviamente lo dice, y se quiere ir a los shisha bars. Los shisha, no sé, acá se usa mucho, no sé cómo se llama eso en Argentina, no sé si le dicen shisha también, pero acá como hay tantos árabes y turcos, hay muchos de esos bares que se fuma ese shisha, se llama acá. No sé si tiene otro nombre en castellano, por ahí sí. No sé si, no sé si, no sé si, no sé si. Nse está diciendo los partidos políticos, no todo lo que tiene, supuestamente. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warum? Das ist sehr schrecklich. Das ist sehr schrecklich. Ich weiß nicht, ob es ist alemang. Das ist alles da. In der Schisheber, Babylon. Obviamente se nota. Obviamente ist klar dass er nicht vacuniert wird. Aber der Mann hat auch Angst. Er ist ein Schisheber, sicher. Er sagt, er will die Schisheber. Vacunate, so können wir alle barren. Aber es ist nicht bewegt. Er hat die Schisheber, und der Schisheber nicht mehr. Es ist unglaublich. Er hat die Schisheber auf den Schisheber. Ja, 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 ja. Dicen. Das ist BioNTech. Das ist BioNTech. Die Falle sind gut. Warum haben Sie verpasst den Impftermine? Ja, ja, ja. Das ist der Schuss-Berang. Geh, geh. Wir haben den Schuss-Berang, Kollege. Wie kommen Sie in die Schuss-Berang? Wie kommen Sie in die Schuss-Berang? Warum? Diese ist Biontech. Nein, nein. Biontech. Nein, nein, nein. Ich habe meine Tests. Ich habe meine persönliche Tests. Nun kommt er das. Nein, nein. Nein, nein. glory, ist das Biontech? Me sind TC? Du kannst meine constituency? charger! Nein, Herr in die Helikop��자! Nein, ichempiere den Schuss. Der oder nicht der Schuss-Bereang? Du kannst du sie mitenten? Deutschen. Ich bin Dr. Alan Balanc. Ich bin Dr. Alan Balan Ich bin Dr. Alan Balan Nein, nein, nein Nein, 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 nein Stop, stop AUK AUK Das ist die Medikamente AUK Ich bin auch Ich bin Medik Aber das ist ein Doktor für Nein, mirad mir dein Passport oder ein Schilder Mein Passport ist hier aber kein Passport Nein, ich habe das Ja, ich habe das Mirad mir dein Passport als Doktor Das ist Doktor Alle haben das Ja, alle haben das Was ist der Problem? Das ist die Biotech Nein, ich habe eine Befüße als Doktor Ein Doktor Ich bin ein Kriminale Du bist ein kriminein. Du bist ein kriminein. Ich bin ein kriminein. Alle können das kriminein. Es ist ein kriminein. Es ist ein kriminein. Du kannst nicht das kriminein. Was machst du hier? Was? Ich infrage das kriminein. Ja. Was machst du hier? Was machst du hier? In der Straße? Ja. Oh, mein Gott. Was ist los? Was probleme? Nein, nein. Das ist Bayern Tecovich. Verboten. Was? Was ist alles legal? Ich rufe die Polizei. Ich rufe die Polizei. Ja, ja, ja. Was ist das? Ich infrage die Leute. Was? Was ist los? Sie sprechen da, die Polizei. Ich rufe 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 die Polizei. Ja. Ja. Ich rufe die Polizei. Ich rufe die Polizei. Schau mal. Sie sprechen da. Ah, ich habe das alles. Ja, schau. Alles ist da. Alles ist da. Zweimal? Ja. Trotzdem nicht die Leute zu empfehlen. Warum? Weil... Kein Arzt. Ja schon, aber ich bin doppelgängig. Du bist einfach ein Mann. Das ist ein Experiment. Das ist ein Experiment. Ja. Das ist ein Experiment. Ja. Die deutsche Stadt gibt ihnen 100 Euro. Die deutsche Stadt, ja? Das ist... Täuschung. Täuschung einer Impfung. Ja, das ist ein Experiment. Das ist ein Experiment. Ja, das ist ein Experiment von der deutschen Stadt. Ja, das ist ein Experiment von der deutschen Stadt. Was ist da? Warum? Was ist, was ist Problem? Das ist, das ist... Das ist Biontech. Das ist Biontech. Biontech. Warum Problem sofort? Warum? Vete de acá. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Das ist Biontech. Bitte impfen. Vente, vente, por favor. Was ist los? Was ist los? Das ist Biontech. Warum sofort so agresiv, verstehe ich nicht? Warum bist du so schnell so agresivierter? Was ist die Polizei? Sie sind die Polizei? Ich kann sie impfen auf Nacken Warum nehmen sie auf Nacken Impfung, Biotech? Hallo? Gönnen sie sich Te va a pegar una a ese Que paso ahi? Quieres que llame a la policia? Ich klatsche mich und ich klatsche in die Impfung rein, Chef Jajajaja Was ist das? Biontech Das ist Biontech Was? Was sind die Oli? Biontech Ge weg mal Das ist Biontech Was ist das? Das ist Biontech Impfung Was ist das Problem? Ge weg Warum? Ich impfe die Leute für die Maßnahme Sie wollen in die Schra Kansas gehen im Winter Jajajaja Sie wollen in die Schra Kansas völten in die Schra Kansas? Ich warte die Schrake Warte die Schrake Ich wohne die Schrake Ja Jungs Ich bin aus dem Vaterland Ich wohne den Schrake Ich warte die Zache Ich wohne die Schrake Ich wohne die Schrake Auf Montag gibt es die 2G-Regel in allen Schrake Und wir müssen ZumСТJR A partir del lunes hay una nueva regla Dicen, es el tema de las vacunas O sea, solamente Gente que está curada y gente que Se ha vacunado en los barrios con Shishabar Shishabar ¿Vollen Sie Shishabar? ¿Vollen Sie in Shishabar kommen? Ich gehe, mit oder ohne Ohne geht nicht, 2G Ustedes, si quieren ir al Shishabar Le pregunte, claro, a los turcos Que van a ese tipo de bares Shishabar, si quieren ir Si van ahí, tienen que meterse La vacuna, si no, no pueden entrar Yo voy sí o sí, dice el otro, ¿no? Si no quieres que te venda una Y dice, vete de acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Stop, stop, stop Stop, stop, stop Das ist Das ist Babylon Babylon Das ist kostenlos Das ist Das ist Biontech Sucuk Ich bin kein Sucuk Stop, stop, stop Aber warum problem? Was ist los? Warum man? Jejejeje Se expone monton el culet Reis Warum? Jao Lass mich Come, come, come Come, come Warum? Warum? No quiere bajar? Se expone monton lo, lo van a cagá piña Lo van a cagá piña más de una vez Hallo, guten Morgen Hallo Ich bin Officer Biontechowicz Und ich muss jetzt zwingen impfen Biontechowicz Porque él es ruso, es lao, no sé de qué parte Y por eso dice Biontech, Biontechowicz Entschuldigung Ich muss hier impfen Biontechowicz, dritte impfung, booster La tercera vacuna, dice, se tiene que poner Si, ich muss hier impfen, colega, tut mir sehr leid, das ist das business Así es el negocio, dice Ahora viene la tercera, dice, ya me puse, dice el otro Ahora viene la tercera Y jetzt Warum palestina Vaccina Biontech Biontech Vaccina es scheiße Biontech Vaccina es scheiße Warum probleme Warum Darum Biontech Darum probleme Warum sofort agresifio Vaccina es scheiße La vacuna es scheiße Good La ultima posibilidad para la vacuna Biontech Biontech Ich maske Es scheiße Ok Ich hab sie verstanden Ciao, colega Ciao Dice Vacuna Mierda Alemania Eso es lo que dijo en alemán No No La farmacia, la industria farmacéutica no tiene mas plata, dice, lo tengo que vacunar, dice Lo tengo que vacunar, dice ¿Qué es el problema, ya? Colega ¿Qué es el problema? No, no, no 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 Se caga re Sabe que es... Este es... Ich kann die test machen Test machen, du mach... Achso, du bist du im Testzentrum Pfff Nervamente Ha 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 Ja, ha 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 Ja, ha 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 Jajaja ... No, no, no No, no No, no No, no Es un romano, weil es Oh, bro Ja, hee, colega Ich muss их machen Es caja reis Hallo Was es Probleme Ich muss impfen Das ist ein Koban oder so. medianez, ich muss Sie impfen. Keine Info, ja? Ich muss Sie impfen, ich muss Impfen, Dritte Info, Booster. Ja, ich hab's gesagt, verpisch. 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 50 Jahre alt, noch nicht mehr. Verpistig. Wie, man da zu blab. Verpistig. Das ist so. Se hat er in die Kamera. Ich bin Bion Techevich. Bion Techevich. Ja, 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 ja. Warum verpisch? Warum verpisch? Warum sofort agressiv? Warum problem? Was ist probleme? Warum? Warum problem? Ich bin BioTetschubich Ich muss einfach machen Ich bin BioTetschubich Ich mache prank 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 Cámara ocult Ich muss ihn bustern weil sonst gibt es eine Anwendung Warum? Ich bin von BioTetschubich Ich muss ihn bustern Ich muss ihn bustern Ja, ich muss ihn bustern Ich muss ihn bustern Ich muss ihn bustern Booster ist wie die dritte Vakuen, oder? Die langen. Warum die dritte? Dritte Impfung heute, kommen Sie rein, ja. Jungs, dritte Impfung jetzt, ja? Se menten, in irgendeinem Weg. Biontechowicz, ich wollte Sie gerade impfen. Ich wollte Sie gerade impfen, ich bin von Biontech. Biontech, das ist Impfung, Booster, Sie sind nicht geboostert. Kollege, ich wollte Sie boosten. Kollege, sprechen Sie Deutsch? Ich wollte Sie impfen, Kollege. Ich wollte Sie impfen, Kollege. Spicer? Welche Sprache? Actually, ob ibrito be anglie. Ibrito, Israel, das ist Impfung für Israel, damit du zurückkommst. Ich bin, ich bin von Biontech. Kollege, Biontech! No se si hablan en hebreo o en... Claro, supuesto. Was ist das Problem? Oh, le están echando la mierda. Ich bin, ich bin Biontech. Ich bin von Biontech. Ich bin Biontech. Es un latino, me parece. Warum sofort agresiv? Nicht agresiv, ja. Wir arbeiten. Warum probleme? Oh, arabe, naa! Was ist los? Warum probleme? Ich bin von Biontech. Ich mache Booster! Andere Seite. Ok, tut mir leid. Ok. Guck mal. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Da vorne. Ich kann da machen Biontech. Ja. Ok, danke. Viel Spaß. Ich bin, eh, Chobana. Ok. Ja, danke, Kollege, ja? Kein Problem. Was ist Problem? Das ist BioNTech. BioNTech, Impfung, Booster. Du bist nicht geboostert. Uuh, se calentou. Hallo? Die Polizei. Uuh, die Polizei. Enserio? Ich mache Video. Das ist so eine Fake Spritze. Llego a la cana. Seguramente le habrán denunciado alguno. No, es una Fake. Una jeringa de mentira. Ja? Ja? Ja, habe ich, ja? Oh, zwei, 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 zwei. Osea, der Dokumento. Und der andere ist Filmande. Youtube. Ok. Können wir das Filme eben einstellen? Ja, machaus, machaus. Stop, stop. Das ist, das ist Rampo. Was ist Problem? Was ist Problem? Das ist BioNTech. Ein und andere Probleme. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, tienes me coloquen? Ja, ja, ja. . Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ich hab nicht mehr vor, ja, ja. Ja, ja, ja. Dicen, in zwei Videos nicht konnte ich niemanden vacunieren, also, lamentablemente, werden die Industrie pharmaceutische Industrie. Aber egal, meine Freunde, abonnieren meinen Kanal. Schönen Sie diesen Video. Se merece ein Like. Por las piñas que se. Se recibió, se merece un buen Like. 9000 Likes. Y... ...viene la tercera parte. Si no saben que hacemos esto por Twitch, los invito a todos, porque esto es un video resubido para YouTube, hecho en Twitch. Así que si me quieren ver en vivo y en directo, casi todas las noches, tardes y noches, este año vamos a hacer más Twitch. Así que si tienen ganas, pasear un poco por estos lugares Twitcheros. Están más que invitados. Son todos bienvenidos y espero que nos veamos por acá. Bueno, me voy a dormir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.